Hallo, mein Name ist Laura Albers und ich bin Praktikantin bei Not Real Medien Design. Mein Tipp für heute Abend ist 3-2 für Deutschland, damit die Bayern-Spieler wenigstens einen Titel in der Saison holen können. Hallo, mein Name ist Daniel Köter und ich bin der Auszubildende als Mediengestalter in Bild und Ton bei Not Real Medien Design und mein Tipp für heute Abend ist 3-1 für Deutschland, denn wir müssen mit Italien auch abrechnen. Ich bin Hannes Lambert und zuständig für die Filmproduktion bei Not Real. Der Italiener kann Pizza, Wein und Eis, Fußball spielen, das werden wir heute Abend sehen, kann er nicht und deswegen gibt es ein gepflegtes 4-2 für die deutsche Mannschaft. Ich freue mich wahnsinnig. Hallo, mein Name ist Thorsten Gadegast, ich bin Projektleiter Social Media und Web bei Not Real Medien Design. Mein Tipp für heute Abend ist 2-1 für Deutschland, weil wir definitiv dieses Jahr Europameister werden. Mein Sohn ist dieses Jahr geboren, 74 bin ich geboren, da haben wir einen Titel geholt, 54 ist meine Mutter geboren. Also, der Titel liegt in der Familie, es kann gar nichts mehr schief gehen. Auf geht's Jungs! Ja, mein Name ist Carsten Meiners, ich bin der Chef von das Ganze hier und mein Tipp, ein glattes 2-0 ohne Verlängerung, ohne Elfmeterschießen, weil irgendwann wird es ja auch mal Zeit, dass wir die Italiener auch in einem WM oder EM-Spiel endlich mal schlagen. Also 2-0 heute Abend, glattes Ding! Komm schon Klose, schieß ein Tor, schieß ein Tor, schieß ein Tor!